so leute frisch nachgeladen wir starten weiter guck noch ob meine kollegen munition am start haben und weiter geht der spaß ist doch gerade sehr erfreut auf jeden fall ich glaube hier ist mein tod wenn ich hier rein renne ja 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 Was the fuck? Hä, drücken Sie die mittlere Mauslastung zu feuern? Habe ich das nicht gemacht? Habe ich doch. Halt nochmal, ich probiere es nochmal. Das war's mit dem Versteckspiel. Ah, jetzt weiß ich, wie es geht. Habt ihr gesehen, wo die Granate lang geflogen ist? Die muss da hochfliegen. Okay, jetzt hab ich's gerafft. Ich hab's gerafft. War das nicht geil? Jetzt hab ich einen Granatwerfer an meiner Waffe. Uh, yeah. Boah, was die da noch am rumschreien ist. Ah, ich komm noch nicht hoch. Das ist zu weit. Ich hab keine Granatwerfer und Granaten mehr. Jetzt müsste ich wieder welche haben. Ich komm noch nicht hoch. Wow, der hat... So, hoch da. Kann ich das nur mit dem Granatwerfer kaputt machen oder auch hier und da mit? Mit dem Granatwerfer, okay. Haben die doof gemacht. Uh, sie hat ne Klarre. Kannst kurz Munition holen? Dann bin ich bei dir, mein Fräulein. Aua. Mann, wieso komm ich nicht so weit damit? Was? Ich hab keine mehr oder was? Das ändern wir. Was? What the fuck? Okay, Granaten hab ich... What? Ich sterbe. Ich hab doch gesagt, ich sterbe. Scheiße. Scheiße. Wir haben sie. Wir haben sie. Ah, Mann. Das grenzt bei mir auch noch. Noch irgendwo? Da oben kommt gleich einer. Ganz kurz Munition holen bevor es weiter geht. Oh, ich hab meine Granaten voll, okay. Oh, ich hab meine Granaten voll, okay. So, irgendeinen hab ich gerade erwischt. Drei Granaten hab ich jetzt noch zubekommen. Geez. Wir haben sie einen Ge � despert. Okay. Wir gehen jetzt zu vieleخ育ern. So, stirbt ihr, oder was? Oh, keine Granaten, kann gar nichts mehr damit. Ich sehe keine Gegner, das ist mein Problem. Da sind sie. Wow, da bist du. Kann ich's nicht kaputt machen, oder was? Voll scheiße. Wo soll ich denn langen? Feuer. da da oben einer Schietze ich hab's keinen Bock dass irgendwie von woanders auch noch Leute kommen ich hab fast gestorben das wird echt die Frage wo ich schlagen muss lass kurz die Power wo war da grad einer? ja komm ich bin gleich hinter mir oder so ich hab Angst toll da geht's gar nicht so lang das ist sehr schön für mich ich hab Angst die die flog mit die k Blöder Hund. So, entkommen sie aus dem Lager. Kurz Munition. Granaten auch am Start. Erstmal daneben springen. Muss natürlich auch dabei sein. Das wäre ja sonst nicht Pitbull, wenn er nicht daneben springen würde. Oh, fällt gerade ein bisschen. So, ähm, da geht's weiter. Scheiße. Oh nein, sie dürfen nicht in den Helikopter steigen. Helikopter ist ja ganz am Arsch der Welt. Zerstört die Brücke! Das sind unsere Leute! Oh, 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 oh. Sind hier noch mehr Ungläubige? Komm und hol dich! Ach du Scheiße! Ja! Was? Da stand doch linke Monster, hast du rechte Monster, hast du mehrmals drücken, um sich zu wehren. Das habe ich doch gemacht. Ich raf' das einfach nicht, dass man das immer so beim zweiten Mal erst klappt. Ah, mehrmals links und rechts drücken, um sich zu wehren, okay. Ich habe linke Monster gedrückt. Die hält aber auch Sachen aus, das ist unfassbar. Wir werden verschaffen! Warte! Die Stürme! Es ist so gefährlich! Rob! Verdammt! Äh, kleben sie den Turm. Okay, 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 okay. Werden wir auf jeden Fall schaffen. Keine Waffen gerade am Start. Ups! Ups! Ich dachte, ich kann schneller, wenn ich sprinten drücke. Dann bin ich dann nur runtergefallen. Mann, ist das krass. Aber wir kommen doch da langsam zum Ende, wenn es hier schon so krass ist, oder? Bin ich mal wieder so schnell gewesen wie der Story. Jetzt geht das auch noch alles kaputt, ich glaube es nicht. Haben es aber wunderbar gemeistert. So, jetzt sind wir auf dem Dach. Das ist so nicht ihr Ernst. Komm jetzt aber. Lara, nimm meine Hand! So geht's! Rob, wir müssen landen! Wir müssen landen, oder der Sturm bringt uns zum Abschluss! Wir können nicht weg! Wir können sie nicht zurücklassen! Wir müssen landen! Keine Chance! Zieh mal nach draußen! Wir können sie nicht zurücklassen! Ich hab's kaum bisher her geschafft! Oh Mann! Oh Mann! Scheiße! Sie sind verrückt! Es geht los! Nein! Nein! Ich bin weg! Nein! 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 Jetzt sind wir wieder da unten gelandet. Ich hatte kurze Hoffnung, dass wir es endlich da raus geschafft haben. Lara! 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 Na komm, Lara. Na komm schon, los! Da bist du ja. Da bist du. Na komm! Oh, oh. Na, sehr geil. 2 Monate, Sir. Ron! Ron! Du hast schon gesagt, Lara. Du hast uns gesagt. So, das war's auf jeden Fall für diesen Part, nehm ich an. Ist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara, na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Krass. Das alte PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also... Versuch festwert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen. Ihr versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenn dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit. Okay? Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Jonah! Reyes! Verdammt! Ich hätte mit ihnen gehen sollen. So, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut.